Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Wir haben jetzt auch wieder genug Katalysatoren eingesammelt. Jetzt langt wir hier so. Hier ist unser Ziel, denkst. Ja, du scheiß Schiff, ist mir jetzt egal. Ach, hier auch noch aktivieren. Ach, und das macht das Schiff jetzt wahrscheinlich ganz kaputt. Okay. Ähm, jetzt müssen wir da hinten in die Bibliothek rein, oder was? Alles klar, machen wir. Aber hier sind noch jede Menge Feinde, ihr Idioten. Ohne mich wären die hier arm dran. Und zack. Zack. Oh, daneben geschossen. So, jetzt aber nicht nochmal. Und dann warten wir denen. Und jetzt gehen wir hier hoch. Wieso rück zu? Hier hin, ihr Idioten. Kommt mit. Auf geht's. Oh. Bam. Die Tür haben wieder aufgetreten. Oh, hier brennt's. Umsehen. Wieso da hin? Wenn noch jemand lebt, bringen sie sie durch den Park. Der Konvoi wartet. Bereilung. Okay, also wenn noch jemand lebt, sollen wir ihn durch den Park bringen. Oh, Panzermodus aktivieren. Achso, um durch die Flammen zu rennen. Okay. Ja, ja, halt mal. Da hoch jetzt. Wie dat denn? Achso, hier. Da kann man einfach weg... Äh, lang rennen. Da ist kein Feuer. Kontrollpunkt erreicht. Das ist immer nice. Hier wieder aufbrechen. Und... Bada-bam. Oh, die leben, glaube ich, nimmer. Ey, du. Die hole ich mir. Wo ist dat viel hin? Was ist dat viel hin? Wir brauchen Feuer schon! Sie kommen über die Kante! Feuer! Feuer! Da kommen sie! Äh, hier runterspringen, alles klar. So, jetzt müssen wir mal wieder unsere Freunde unterstützen gegen diese hässlichen Aliens. Zack. So, wow. Die Händen sind ziemlich weit weg. Da geh ich mal grad mal noch hier die, äh, Munition holen. Zack. Die Katalysatoren sammeln wir mal natürlich auch ein. Nein, dann fass machen wir schon mal kaputt. Sonst können wir da nicht hinwärmen. Und dat dann auch. Ah gut, da hat jetzt keiner dabei gestanden. Das war jetzt eigentlich doof. So. Ja, man muss die Fässer auch immer... War die neben mir? Oh, schlecht. War die Granate neben mir? Die war doch ewig weit weg, oder? Die Granate, naja. Ähm, ja, man muss eben manchmal auf die Fässer schießen, weil, wenn man daneben rennt, also, wenn man sich gegen die Fässer stellt und der Gegner schießt auf die Fässer, ist man natürlich auch doof. Das ist immer das Doofe an diesen Fässern. Ah, der hier ist ein bisschen besser zu treffen. Komm her! Ich bin noch da, Kollege. So, der ist jetzt aber Geschichte. Ja. Nur der da hinten lebt noch. Der ist auch Geschichte. So. Ach nee, dann nehmen wir uns noch die Muni mit. Hier liegt nämlich noch ein bisschen Muni. Zack. Die hätten wir. Und jetzt den Restkatalysatoren einsammeln. Schön. So gefällt mir das. Und jetzt da hoch. Ah, nee, doch nicht da hoch. Los geht's! Wir müssen durch den Taktoren und dann zu dem Konvoi stoßen. Zivilisten warten auf uns. Los, Bewegung! Warte ab, so. Äh, da kommen wir nicht. Ah, okay, da vorbei. Durch das zerstörte New York. Oh. Äh. Wieso hat der jetzt so schrien, Idiot? Und im Anflug! Da sind wieder welche. So. Oh, der ist gar nicht gestorben. Aus irgendeinem Grund. Jetzt ist aber... Nee, der ist im Wettbewerb. Jetzt ist er K.O. So. Hä? Der hat auf einmal ein Schild gehabt. Ah, nee. Hä? Der ist einfach gestorben und hinter ihm war so ein Plakate. Ich hab natürlich gedacht, das wäre ein Schild gewesen. Den schnapp ich mir da hinten. Yo, ich glaub ich hab ein Bicht, oder? Man hat's gar nicht so richtig gesehen. Kann auch sein, dass der sich gedummt hat. Aber ich glaube nicht. So, dem sein Schild hier ist schon mal kaputt. Fuck. Die halbe Munition verballert. Oh. Oh, es sieht grad ganz schlecht mit unserer Munition aus. Steht da hinten einer? Glaube nicht. So, den haben wir noch... Nee, den haben wir nicht erwischt. Schlecht. Dann machen wir das einfach so. Schmeißen die eine Granate hin, da wo ich hingehe. Idioten. Katalysatoren eingesammelt. Hallo, mein Freund. So. Ohne mich würden diese ganzen Typen hier nicht weit kommen. Nee, Gebiet nicht gesichert. Da ist noch einer. Ah, nee, der ist jetzt auch tot. Äh, Munition wär ganz nett, Leute. Wo ist Munition? Da hinten gibt's die erst. Die gibt's erst da hinten. Oh, hier vorne schon, oder? Hier vorne schon, ja. Hier hinten dran sollte die scheinbar stehen. Genau, da sind wir. Äh, nachladen. So, und hier. Und zack. Gerade nochmal nachladen. So. Mit voller Munition und einem kleinen Leck geht's dann weiter. Und natürlich auch zusammen mit den KI-Kollegen, die ausnahmsweise mal nicht in Bewegung losschreien. Das ist ja auch mal ganz nett. Jetzt poken sie mich aber hier in ein Feld rein. Wo sind denn die Gegner? Da hinten. Oh, da ist so ein dickerer. Sorry. Und das da ist so ein... He, he, vollidion. Ich meistert fast dahin und rennt dann daneben. Oh, gesundheitkritisch. Ja, das ist nicht so. Nicht so toll. Alter, was geht denn ab? Das hier finde ich nicht so witzig. So, jetzt wäre es gefährlich gewesen, wenn die auf das Fass geschossen hätten. So, kurz mal das Tarnfeld aktivieren. Und dann... Ähm... Geben wir es unserem Kollegen hier mal. Immer schön mit der Shotgun rumlaufen. Und irgendwann fällt er dann um. Und gerade beim letzten Schuss fällt er um. Das war knapp. So. Munition könnten wir mal wieder einsammeln. Das hier ist keine. Oh, hier wäre ein MG gewesen. Super. Ja, ich glaube hier ist im Moment kein... Keine Munition. Dann nehmen wir wieder diese Waffe hier. Wo soll man jetzt? Da die Waffe nicht haben. Taktische Dinger. Dings. Kontrollpunkt erreicht. Der Bravo-Roll wartet auf uns. Treffen an der 42. Straße West. Oh, nice. Geraden haben wir. Was geht hier vor? Bestimmt hässlich. Hier entlang. Los. Hau dich rein. Ins Gefecht. Das ist aber schleichend. Der Convoi ist bereit. Wir bieten sich an. Wir müssen die Kliniken rausbringen. Screenshot gemacht. Alle raus aus dem Fahrzeug. Oh, wo ist das denn? Ah, da waren die Zivilisten. Ich komme hier nicht durch. Ah, ich musste mich stucken. Okay. Unruhig, aber okay. Und da hinten sind schon wieder unsere Freunde. Die Aliens. Freunde von einem anderen Planeten. So. Und da hinten, dem haben wir schon mal seine Rüstung zerballert. Und den machen wir jetzt auch noch ganz K.O. Uh, der Mülleimer stand im Weg. Aber jetzt machen wir ihn ganz K.O. Oh, ne. Er lebt schon nicht mehr. Den da hinten, den haben wir auch zersägt. Also zersägt natürlich nicht. Das wäre ein bisschen komisch gewesen, aber. So. Den da hinten. Och. Geht immer die Muni aus, wenn sie fast tot sind. So. Der ist jetzt aber tot. Er lebt auch nicht mehr. Laden wir mal nach. Jetzt auf den ganz da hinten. Ah, ne. Jetzt lebt er nicht mehr. Und dann hier vorne der noch. Oh, da kommt schon wieder so ein Dicker. Wir haben keine Tradition mehr. Das heißt. Wir schmeißen Granaten. Boah, der geht natürlich mal wieder nur auf uns. Schnell weg hier. Was machen wir jetzt ganz genau? Genau. Wir hauen den Tarnmodus rein, habe ich gesagt. Wir hauen den Tarnmodus rein. Shit. Wir haben keine Energie mehr. So. Den hätten wir. Töten wir zuerst die Kumpels von dem Dicken. Gut. Der hat keine Kumpels mehr. Die sind jetzt alle schon. Ähm. Wieder. Keine Ahnung. Alien jenseits. Oder was weiß ich. So. Mein Freund. Ach, sie haben ihn schon zerstört. Das ist ja mal eine coole Sache. Bad. Zuerst nehme ich mir mal Munition. Machen Sie die Tore auf. Wir sind bereit. Ich hab. Ich mach ja schon die Tore auf. Und zack. Ich steige in das Bett. Ne, einstellert. Ey. Ey. Sommer. Ha. Wollen die mich verarschen? Jetzt haben die mich überfahren. Hehehe. Der Convoy ist bereit. Sie müssen Schnur sagen. Kreuzung ist sicher. Alcatraz. Machen Sie die Tore auf. Ja, mach ich. Ich konnte ja gar nicht in das Fahrzeug. Machen Sie die Tore auf. Wir sind bereit. Alcatraz. Ja, dann komm. Wir sind bereit. Gehen wir Alcatraz. Ja, dann bleib doch stehen. Aha. Nice. Das wird bestimmt ne, ne witzige, ähm, Sequenz. Ja. Hehehe. Pschsch. Oh. Oh, jetzt wollte ich hier noch. Oh, schade. Naja, gut. Dann machen wir das jetzt beim nächsten Mal. Und gucken uns jetzt, äh, die, die Zwischensequenz an. Meine Herren, die Verteidigung des Bahnhofs an allen überirdischen Eingängen muss stehen. Und außerdem vermieden wir die Tunnel in sicherer Entfernung vom Hauptgebäude. Zivilisten und Verwundete werden bis zur Evakuierung sofort in die unteren Ebenen gebracht. Und warum werde ich vom Westen hier noch immer beschossen? Bei einer halben Stunde habe ich mir vorhin, die Schusslinie dieser Mörser zu blockieren. Echo 15. Erledigen Sie das. Gut, also dann würde ich mal wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.